Für ihn wurde ein Traum wahr. Daniel von Bloh ist der erste Beschäftigte der Werkstatt für Behinderte in Westerchebs, der einen regulären Arbeitsplatz erhalten hat. Der junge Mann arbeitet in der Möbeltischlerei Alas in Osterschebs. Hier hilft er unter anderem beim Auf- und Abladen der Lkw, achtet darauf, dass die Werkstatt und der Lackierraum sauber sind und ist mit den Kollegen auf Montage, um bei Kunden zum Beispiel Möbel aufzubauen. Untertitelung des ZDF, 2020